Hallo liebe Freunde bei deiner Folge Minecraft, hier mit eurer Maxi und natürlich eurer Nokian. Nokian? Noelle meintest du natürlich, nicht Nokian. Egal. Wie sollt ihr helfen heute, bei der Aufnahme? Ja, ne die sind schon weg. Wie die, die sind weg? Brauchst mir nicht helfen. Achso, es war noch nicht lange. Soll ich mich kartoppeln? Alles klar, läuft bei mir. Ich bin natürlich wieder gut drauf. Äh, ich, ich freu mich natürlich, wenn ihr die vorbeugt. Nämlich, ich hau heute mein Haus. Das Holzhaus, was ich letztes Mal angefangen habe, in der anderen Folge. Dazu brauchen wir erstmal ein Haus, was wir uns farmen sollten. Das ist schön, überhaupt ist jetzt mein Musik so extrem laut. Und Maxi, erzählte euch weiter, was wir so heute so machen. Also, was willst du überhaupt machen heute? Äh, ich hab noch gar keine Ahnung, was ich machen möchte. Ich will wahrscheinlich wieder, ich brauch ein paar Kohle. Das heißt, ich muss wahrscheinlich in der Höhle gehen. Ich hab doch was. Ich hab doch ganz viel. Wo hast du ganz viel? In deinem Haus. Was hast du, Zombie? Komm raus. Komm raus, wenn du nicht raus, ey. Da hat man das drin. Ja, mit seinem Panzer. Ja, alles klar. Hier hat auch Sapling und alles drin. Bonnmilk, Kakao, Flower, Sansberry, Bush. Könntest du auch nochmal irgendwann aufstellen. Ollumberry. Okay. Und wo hast du die Kohle? Äh, äh, ich hab in meinem Ofen irgendwo. In meinem Ofen irgendwo. Okay. Nein. Keine. Komisch. Ja, besser als gar keine. Ich, äh, besser. Wir haben auch keine. Hahaha. Nein, bist ja witzig hier, also. So, kann man hier runter? Oder wie kann man... Ja, gut. Also, wir werden heute was bauen. Ach, da hätte ich runter müssen. Uch, du Scheiße. Das tut schlecht. Wie baust du denn, Noel? Du musst mal deinen Garten besser bauen. Ich bin jetzt gerade runtergefallen voll. Echt, ich bin echt runtergefallen. So, ich werde jetzt erstmal das hier bauen. Ja. Uch. Der hält irgendwann über seine eigene Füße, ey. Der Herr, ey. Wer? Und wenn du ein Haus baust, Noel. Wenn du ein Haus baust, bitte, Noel. Ja. Tu mir einen gefallen. Mach dir immer drei hoch. Mindestens. Du musst mindestens dann vier Abstand haben. Ich hab... Ich hab vier hoch. Das ist das gut. Dann kannst du nämlich beim vierten, kannst du nämlich dann beigehen. Äh, und dann die Decke bauen. Guck mal, das erste Häuschen. Und wieso machst du so Halbslaps? Wirst du noch sehen. Wirst du noch sehen. Alles klar. Du willst hier also bauen, ja? Okay. Ich werd mal nachher vorbeischauen. Und werd mal gucken. Ja nachher. Dann musst du aber hier gegenüber auch noch ein Haus bauen. Irgendwann hier, ne? Ja. Ich wollte jetzt ja nur mal fragen, ne? Weil wenn das so eine Art Stadt werden soll, äh, oder eine Altstadt werden soll, dann muss ja natürlich auch was gemacht werden, ja? Hier... Ja. Wie gesagt, hier soll ja eine Art, äh, Bürgermeisterhaus sein, aber ich bin mal gespannt, ob da ein Bürgermeisterhaus sein soll. Der Weg nach oben hinten ist ja schon besperrlich. Wotty? Ja. Also, erzähl doch was ein bisschen. Was soll ich denn, was willst du denn hören? Was hast du so gemacht? Ich in letzter Zeit ganz viel gearbeitet. Nur gegessen oder was? Hallo? Ich bin doch kein Freistag. Nein, nicht mit mir Skelett. Zack, 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 zack. Nicht mit mir Skelett. Nicht mit mir. Wieso Skelett? Wo bist du denn Skelett? Ah ja, ein scheiß Skelett hat mich genervt. Oh, Kohle! Wo steckst du denn schon wieder? Bist du oben oder was? Nicht mit mir, mein Freundchen. Alles klar. Aber, äh, Mr. Mr. Ja? Versuch mal normal zu bleiben und hier versuch mal kein hier irgendwie nachzumachen oder so. Ich merke das irgendwie schon, weißt du? Ja. Das ist zwar irgendwo witzig, aber naja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach, herrlich, herrlich. Läuft ja schon. Warte mal, was will ich jetzt noch abwerfen? Ich will noch ein paar Sachen loswerden und dann will ich noch eben los, um dann in eine Hülle zu gehen, um noch mehr Kohle zu holen. Ähm, ich brauch Kohle, vielleicht finden wir noch die paar Ärzte. Was hast du, ey? Vielleicht finde auch noch der Ärzte. Noelle macht seinen Haus weg, das finde ich schon mal ganz gut. Ne? Dann muss für seine Leute, wie gesagt, wir nehmen wieder zwei, äh, Bild im Bild auf. Das heißt, er nimmt auch auf und dann werden wir mal gucken. Vielleicht, vielleicht werden wir auch mal dann die Bilder tauschen, dass man nur Ärzte sich mal am, äh, am besten mal sieht. Und dann mache ich das so im Wechsel, glaube ich. Ich denke mal, das ist auch so ein... Guckt immer auf mein Bild. Ja, das war ja klar, dass das von dir kommen muss, ne? Ja. Cobblestone, das brauche ich noch und, äh... Wart sie? Ja, ich bin noch da. Warum haltest du nicht? Ich bin auch manchmal am Konzentrieren, du musst auch sabbeln. Hallo? Du kannst doch sagen, meine Leute sehen jetzt, was ich mache. Ich mache nämlich ein paar Stiggis. Ja, ein paar Stiggis, mhm. Das ist jetzt auch so interessant. Ja, und jetzt mache ich... Und so konzentriert. Jetzt mache ich Fackeln, quasi. Wow, Torches sind jetzt auch so interessant, ne? Ja, klar. Total. Also, wenn ich das nicht gemacht hätte, ne? Das wäre toll. Ich, äh, hier unten habe ich Kohle übrigens. Wo hast du Kohle? Hier unten bei mir. Ja, okay, später. Jetzt, jetzt gehe ich, äh, in die Höhle. Drück. Du Sopbeiß, du Drecksache. Drück, drück. So, ähm. Drück, drück. Oh, oh. Ich bin grad ne Spinne. Warum hab ich grad ne Spitzhacke hier? Warum nicht ne Schwer? Viel Spaß beim Kämpfen. Aua! Was? Wieso, wieso greift sie mich an? Wollen sie dich nicht machen? Sie hat mich angegriffen. Ja, und das Trusch? Und ich hab dir ein, ich hab kein Leaf, also keine, keine Blätter. Ich hab dir auch so sehen ein Blatt kaputt gemacht. Machi, mach, musst du immer alles zerstören. Ja. Aber dafür gibt's ja Noel, der macht ja wieder alles heile. Ja, und Vieh. Aua! Oh, das hat wie... Ah. Machi? Ich bin grad ganz schön, ich bin grad ganz schön gefallen gerade. Ich würde jetzt mal nach oben kommen und ins Bett gehen. Äh. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Eigentlich nicht, nein. Doch, jetzt kommst du. Nein. Oder ich baue mal wieder etwas... Was? Mit euch. Komm mal wieder was mit euch. Ich will nämlich mal gucken, wegen Tisch. Ja. Ach ja. Äh, wenn ich, wenn ich deine Sicht zeigen soll, ne? Dann musst du, aber auch nicht immer so viel im, im Inventar gucken. Scheiß, aber wenn... Das ist nur so ein kleiner Tipp. Nein. Alter. Aha, aha, aha. Das ist schon wieder an. Ja, dann musst du es ausstellen. Hab ich doch auch gerade. Hoffentlich. Scheiß nicht. Okay, gut. Jetzt, ich hab ein bisschen was hier gefunden. Ja, Mann. Gut, das werden wir uns jetzt mal craften. Haben wir Iron? Ja. Jo, wir haben Glück und haben ein Eisen. Haben wir Holz? Ja, wir haben auch Holz. Das ist für mich. Und wir bauen jetzt etwas. Wir bauen jetzt hier so ein komisches Fach. Damit kann man so Sachen dran tun. Und ich hab's jetzt mal gebaut. Ich hab's jetzt mal gebaut. Und ich steh hier mal einfach mal meine Achse. Super. Und gleich kann Matsi das anglotzen, was ich da gemaut hab. Ich hab sie. Ich hab's.